Hör auf, John! nur, dass wir geil sind und letztes mal bei einer Streak von, lass mich raten, sechs war, ich bin mir nicht sicher, oder fünf oder so, ich weiß es nicht, ich habe kein Spiel gemacht heute bis jetzt. Und wir spielen wieder mal auf meiner bekannten belieben Map, Floating Islands. Und es fängt ganz gut an, denn unser komischer Kollege hier, WizKidTV, ist noch nicht auf der Mittelinsel, und wenn er nicht auf der Mittelinsel ist, dann ist das gut, denn wir kriegen die ganzen Küsten. Oh nein, 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 ein Stock für ein Eisenschwert, yo, haben wir den? Ja. Good Job. GG, ist es win. Einfach nur win, win. Win, 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 win. So, da haben wir noch Weizen, und hier haben wir noch mehr Pfeile. So, dich brauche ich, dich brauche ich, äh, eins, zwei, drei, vier, Essen. Ähm, jo, wir werden ihn so zusammen, äh, zählen. Zack, und einmal das, und einmal hier, und zack. Dann brauchen wir das Holzschwert nicht mehr. Einmal nach oben. Oh, ich habe immer das Gefühl, ich werfe die Dinger rüber. Zack. Mehr Enderpearls. Jetzt nur noch da rüber. Die war zu hoch. Auf der Kiste. Okay, er hat uns nicht gesehen. Cool. Dann würde ich mal sagen, überraschen wir Kollegen. Und eins, zwei, drei, und vier, und oh, und Kistrick sieben. Sieben ist unsere neue Kistrick. Das finde ich geil. Das finde ich, oh, Entschuldigung. Das finde ich richtig geil. Ja, mit dem Eisenschwerter hat, der kann ja nichts machen. Da kann keiner was machen. Runde zwei. Wir sind jetzt bei der Kistrick von sieben. Wir haben die Streak gebieten. Ne, 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 okay, wir hatten aber auch Glück mit dem, mit dem, mit dem Eisenschwert. Digger. So, und ein Holzschwert. Das ist schon mal gut. Dann haben wir wenigstens ein Schwert. Fall und boh, oh ja, gleich eine Eisenrüstung. Zack, und gleich mal drei Rüstungspunkte. Huch, und ach, ein zweites Schwert gab es auch noch. Mann, heute ist echt unser Equipment-Glückstag, ne? Huch. Ein Glück können wir die nicht spammen, sonst hätte ich jetzt drei Enderpellen verkacken. Huch, 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 huch. Unser Kollege soll ja keine Rüstung haben. Und auch keine Waffen. Die werfen ich gleich alle runter, ne? Huch, 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 huch. Schnell nach oben. Ich weiß nicht warum, aber ich mag diese Map einfach am liebsten von allen. Ich weiß nicht, der Rest der Maps spricht mich einfach nicht so an. Die bringt mir am meisten Spaß. Ist nicht zu groß, nicht zu klein. Ähm. Viel Dynamik. So, jetzt wird erstmal sortiert. Das brauchen wir nicht, die brauchen wir, das brauchen wir nicht, das brauchen wir nicht. Eins, zwei, ans Ende. Drei, vier, fünf, die bräuch ich alle nicht. Die kann ich kurz noch benutzen. Zack, zack, was zu essen. Und... Okay, er ist gegangen. Gut, ähm, 24 Tode, 21 Kills und beste Killstreak war neun. Gut, ähm, wir haben, ja, er ist einfach mal weggelaufen und hat Angst vor uns. Die kleine Bussi! Und ja... So, ich hoffe, der Typ ist nicht schneller als wir. Oh, der ist schon in der Mitte, okay. Das heißt, wir gehen in die andere Richtung und dann gehen wir nach oben, würde ich mal jetzt sagen. Ich hoffe, in der anderen Richtung haben wir ein Schwert, weil er ist gerade in das Haus gelaufen. Juridisch könnten wir ihn auch überholen, aber ich habe kein Schwert und ich habe keine Lust, ohne Schwert da gegen ihn anzukämpfen. Nachher hat er noch ein Schwert und dann verlieren wir und unsere schöne Killstreak... Nein! Oh, hier haben wir ein Schwert. Jetzt geht's los. Jetzt gehen wir doch über eins, zwei, drei und ab nach drüben. So, die Kiste ist schon leer, da ist er eben hingerannt. Ähm, die ist auch schon leer. Der müsste eigentlich schon auf dem Schiff sein und gerade seine Sachen sortieren und sich sicher fühlen, der kleine Hund. Oh, 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 nein, nein. Und eins, zwei. Nein. Nein. Und drei. Oh, das war ein Hit, das war ein Hit. Und ge... Wuuuuh. Okay, das war ein bisschen knapp und ein bisschen doof, aber... Acht ist unsere neue Killstreak. Acht, meine Damen und Herren. Und Runde vier für die heutige Folge. Heutige Folge. Wir spielen diesmal gegen... Zwei? Nee. Gumbel. Gumbel, ja. Wahrscheinlich hat mich irgendwer als Hacker... Huch. Ähm. Vielleicht hat mich irgendwer als Hacker markieren, deswegen ist ein Zuschauer dabei oder so. Ich weiß nicht, ob das Zuschauer sind oder so. Ich bin mir nicht sicher, aber wir haben schon mal... ...gornix. Okay, hier ist ein bisschen was drin am Brot. Schon haben wir wenigstens schon was zu essen, aber wir haben noch keine Waffe und nichts. Gut, da müssen wir uns noch was einfallen lassen. Ich hoffe, hier ist kein Schwert drin. Und ab in die Mitte. Ich hoffe, der geht in die andere Richtung, der Kollege. Und das ist schon mal gut. Wir haben einen Pfeil und eine Schwert. So, jetzt haben wir genug Pfeile. Ein paar auch. Das sieht ja schon wieder gut aus. Zack, ich weiß nicht, seit wann man so schnell Hunger kriegt, aber irgendwie... Ist das gerade mal so. Oh nein, die bereue ich nicht. Und ich würde mich aussetzen. Das sieht man so geil aus, wenn man so ganz schnell die Treppen hochgeht. Niu, niu. Niu, niu. Bum, dum, dum, dum. Dum. Oh yeah. Okay, eins, zwei, drei, vier. Die kommen ans Ende. Du kommst da hin. Dich setz dich kurz ein. Ihr werdet ausgetauscht. Dich brauche ich und... Dich brauche ich und... Dich brauche ich und los geht's auf die Jagd. Ich weiß nicht. Drei. Und wieder rüber, oder? Nein, nein, nein. Oh. Okay, ich will jetzt nicht... Hier runterfahren. Souverän gelöst. Wo ist mein Kollege wieder? Ah, da unten steht. Hä? Okay, das ist doof, wenn man immer Liebe hat, ne? Das ist schon ein bisschen ungünstig. Okay, er hat drei Tode. Light Green Lemon. Der ist wohl nicht so gut, aber... Ich weiß nicht, warum liefen die denn alle? Haben die irgendwie Angst vor mir? Haben die meinen YouTube-Kanal gesehen? Mein epischen. Oh, mein, oh, mein, oh, mein, oh, mein, oh, mein. Ja, ich komme in der letzten Zeit irgendwie nicht dazu vorzuproduzieren. Das heißt, die Folgen kommen auch immer an dem Tag raus, wo ich sie aufnehme. Oder ich nehme sie auf an dem Tag, wo sie rauskommen. So rum. Das ist richtig. Einfach, weil ich keine Zeit habe, zwei Folgen hintereinander aufzunehmen oder so. Das ist ein bisschen doof. Okay, unser Kollege ist nicht hier. Oh, okay, er wechselt nicht das Schwert, wenn er jetzt, guck mal, wenn ich jetzt von Schwert zu Schwert wechsle, dann wechselt er trotzdem nicht das Schwert, weil obwohl es eigentlich ein anderes ist. Ist ja unlogisch. Ja, finde ich auch. Eindeutig, auf jeden Fall, sollte man vielleicht mal ändern. Und wir haben fast die 150 Abonnenten. Abonnenten, Abonnenten. Oh, jetzt läuft aber richtig hier. Zack. So, zwei. Du kommst weg, du kommst weg, du kommst weg. Dich brauche ich nochmal kurz nehmen. Ähm, drei, vier, du kommst ans Ende. Essen, essen. Jetzt machen wir uns, what the fuck, noch zwei Brote, dann geht's nach unten und dann auf unserer Aufsichts-Aufsichts-Plattform werden wir den Kollegen Helm schon irgendwie sehen. Na, sonst bin ich wieder zu hoch. Ne, boah, knapp. Pro Essen. So. Gut, wenn er jetzt nicht hier ist. Oh, wir sind nicht nach, wir sind nicht nach oben aufs Schiff gegangen, das ist schon mal doof. Das müssen wir gleich nochmal machen, nachdem ich hier... Verhaltbarkeit bringt mir nichts. Vielleicht kann ich Schärfe 1 nochmal rausholen. Ne, gut. Bleibt dabei. Ähm. Hmhm. Oh, what? Oh. Er schießt, er hat auf uns geschaffen. Ich weiß nicht, wo er hin will. Ich weiß nicht, was er vorhat. Er hat mich geflasht, ja und? Er ist jetzt trotzdem runtergefallen, das hat jetzt nicht so Sinn ergeben. Na, okay, doch, er kann jetzt von seinem Spawn aus wegrannen, ne, aber... Nicht, wenn wir schneller sind. Wir hätten erst direkt nach oben gerannt. Ich wette, er ist so sehr, er ist direkt nach oben gerannt, um uns zu trollen. Oder auch nicht. Aber ich glaube, wir gehen nochmal zu seinem Spawn und gucken, ob er die Enderperren hat. Ich glaube nämlich, die hat er nicht geholt. Ne, hat er nicht. Gut, dann müssen wir nicht aufs Dach. Weil wenn wir nicht aufs Dach müssen, dann sparen wir wieder wichtige Zeit. Wichtige, wichtige Zeit. Aber ich frage mich, wo der Typ jetzt hingelaufen ist. Also, da ist er nicht. Sonst hätte ich ihn gesehen, wie er über die Dingens gelaufen ist, über die Brücke. Okay. Ähm. Hm. Okay, ich glaube, wir gehen doch nochmal nach oben. Da werden wir auf jeden Fall ähm, mehr von dem was wir jetzt eben gesehen haben, sehen. Wir werden mehr mehr gleich eine höhere Aussichtsplattform, so eine höhere Sichtweite Sichtweite, genau kann ich auch gleich von oben die Dinger mitnehmen und zack. Ja, das war gut, Marcel. Ähm, so sollten wir die Underparen jetzt immer werfen. Digga, leck mich. Scheiß, Drecks, Kack, Piss, Spiel. So. Und zack, jetzt haben wir wieder zehn. Ähm. Wo ist denn unser Kollege? Der versteckt sich bestimmt irgendwo. Wo ist er denn? Da! Er ist oben auf dem Windrad. Wow. Und eins. Digga, hör doch auf, wegzulaufen. Ja, spring halt runter. Würde dir nicht viel bringen. Außer mir ein Lebensvorteil. Zack, und wir sind bei neun. Bams. Ja, ich würde mal sagen, das war's für heute, ne? Also, ich... Neuner-K-Streak, Win-Streak, was auch immer. Neun haben wir jetzt. So, ich würde mal sagen, ähm, wenn euch die Folge gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben. Hm, kommentiert mit Kritik, was auch immer ihr möchtet. Hauptsache, es ist konstruktiv. Und... Bis zum nächsten Mal, wenn's wieder heißt, schlecht Unterhaltung und Katastrophe. Gell.